Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter hier bei Wetter.net. Das für viele von uns wahrscheinlich lange Wochenende mit einem Brückentag am Montag. Das wird ziemlich turbulent ausfallen mit viel Regen und jeder Menge Wind. Und vor allen Dingen am Sonntag, da herrscht in weiten Landesteilen Sturmgefahr. Also aufgepasst, beobachten Sie unbedingt die aktuellen Wetterwarnungen. Schauen wir jetzt mal zunächst den aktuellen Wetter.net Strömungsfilm an. Und dann sehen wir, wie in den kommenden Stunden und Tagen die warme Luft aus Mitteleuropa verdrängt wird. Und aus dem Norden die kalte Luft heranrauscht. Ja und mit dieser kalten Luft, da geht es dann auch mit der Schneefallgrenze nach unten. Ja und am Samstag und Sonntag nähert sich dann ein Tief. Und das legt sich zum Sonntag hier über der Ostsee fest. Und sorgt dann bei uns in Deutschland für den bereits erwähnten kräftigen Sturm. Die Dreitagesvorschau zeigt für den Samstag noch relativ ruhiges Wetter. Bei 7 bis 15 Grad gibt es viele Wolken. Ab und zu im Südwesten etwas Sonne. Und Nordosten, da kann auch mal etwas Regen fallen. Dann aber am Sonntag kommt der große Sturm. Schon in den frühen Morgenstunden, da erwarten wir von der Nordsee bis nach Berlin und Brandenburg teilweise orkanartige Böen. Auch im Flachland mit Windgeschwindigkeiten um die 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Ja und in höheren Lagen der Mittelgebirge, zum Beispiel im Harz, da können es auch 130 bis 140 kmh werden. Also volle Orkanböen. Später rutscht das ganze Windfeld dann weiter Richtung Bayern. Und überall gibt es dazu viele Wolken und immer wieder ganz kräftigen Regen. Der kräftigste Regen fällt dabei vom Erzgebirge über den Bayerischen Wald bis zu den Alpen. Ja und am Montag wird es dann noch einen Tick kälter mit 6 bis 10 Grad. Dann kann es sogar in den ostdeutschen Mittelgebirgen bis auf 500 Meter herab Schneeflocken geben. Noch ein Blick auf die Spitzenböen von Sonntagmorgen rund um Berlin und Brandenburg bis zu 110 kmh. Das sind also wirklich orkanartige Böen. Und auch an der Nordsee, da bläst der Wind sehr ordentlich und hier erwarten wir im Tagesverlauf des Sonntags auch eine Sturmflut. Und später rutscht das Windfeld weiter Richtung Sachsen und Richtung Bayern. Auch hier Spitzenböen um die 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Also passen Sie auf, vor allen Dingen am Sonntag meiden Sie den Aufenthalt im Wald oder in Parkanlagen. Denn Äste können abbrechen, Bäume können umstürzen. Seien Sie wachsam und passen Sie gut auf sich auf. Mit diesen Worten ein schönes, vielleicht für Sie auch langes Wochenende. Tschüss, bis bald.